Hallo, es gibt eine Golf-Regel, die sehr oft vorkommt und deswegen sehr wichtig ist, aber die leider nicht immer richtig verstanden wird und eingesetzt wird. Das hat man sogar auf der Profi-Tour gesehen mit Rory McIlroy und Patrick Reed. Heute möchte ich dir erklären, was mit dem eingebetteten Ball der Fall ist. Und ich denke, es wird ein paar Dinge dabei sein, die vielleicht für dich neu sind. Bevor ich mit der Erklärung des eingebetteten Balls anfange, möchte ich von morgen sprechen. Für eine Woche werde ich jeden Tag ein Video für dich hochladen und das Ziel ist, dir zu helfen, die neue Saison so richtig zu starten. Das ist richtig, dass du einen Sprung nach vorne bekommst, dass du motiviert wirst. Werde ich jeden Tag spannende Themen ansprechen, die ich glaube, dir sehr helfen werden. Das sind die Themen. So wie du siehst, sechs Themen an sechs verschiedenen Tagen. Falls du dieses Video erst in ein paar Monaten siehst, das ist auch okay. Das Ziel ist einfach, dir wichtige Informationen zu geben, Informationen, die für alle Golfe wichtig sind. Ich denke wirklich sehr, wenn du das einmal durchmachst, du wirst Ideen haben, so richtig an deinem Golfspiel zu arbeiten und es zu genießen. So wann genau ist ein Ball eingebettet? Nur dieser Ball ist eingebettet, weil dieser Ball in seiner eigenen Pitchmarke liegt. Da muss man aber aufpassen. Guck mal, da ist der Ball im Raff. Ich kann einen Teil des Balles nicht sehen, aber es ist wichtig, dass ein Teil des Balles unterhalb der Bodenoberfläche ist. Okay, so der Boden muss irgendwie weich, nass sein, damit das überhaupt möglich ist. Einfach im Raff die Hälfte des Balles sehen, nee, das reicht nicht. So ist es klar, vielleicht auch nicht, aber diese Pitchmarke muss das Ergebnis sein, des Schlags, der diese Spiele gerade gemacht hat. Nur ganz wichtig, das muss im Gelände passieren, also in der General Area. Das schließt fast alle Bereiche auf dem Golfplatz ein, außer alle Bunker, alle Penalty Areas und des Grüns, auf denen man gleich spielen sollte. Aber wann ist ein Ball nicht eingebettet? Nur es kann sein, dass ein Spielpartner oder Caddy auf dem Ball steht, versehentlich natürlich. Der Ball wird nicht aus eingebettet behandelt. Es passiert nicht oft, aber ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie ein Spieler seinen Ball durch etwas Ungeschick direkt in den Boden schlägt, dass der Ball gar nicht fliegt. Der Ball ist auch nicht eingebettet. Ich glaube nicht, dass es dir passiert. Aber was dir auf jeden Fall passieren kann, ist folgendes. Man muss den Ball droppen. Ich denke, wir kennen das alle. Obwohl wir jetzt auf Kniehöhe droppen müssen, kann es immer noch passieren, dass wenn der Ball landet, dass er so eine eigene Delle verursacht und man hat so einen halben Spiegelei. Der Ball ist leider nicht eingebettet. Wie nehme ich Erleichterung für einen eingebetteten Ball? So, wie nehme ich Erleichterung für einen eingebetteten Ball? Naja, wenn du sowas magst, kannst du versuchen, den zu spielen, wie er liegt. Aber ich denke, das macht Sinn, straflose Erleichterung in Anspruch zu nehmen. Das Erste, was du tun kannst, ist, den Ball anzuheben, zu sehen, ob der eingebettet ist oder nicht. Das Tee wird direkt hinter den Ball in den Boden gesteckt. Da ist das Ziel. Nun, ich habe das getan für die Inspektion. So, ich muss erstmal schauen, dass ich das Ziel zum Markieren verwende oder ein Geldstück oder etwas anderes. Ich muss auch aufpassen, dass ich meinen Ball nicht reinige, beim Schauen, ob der Ball eingebettet ist oder nicht. Wenn ich das vergesse bei der Inspektion und ich sehe, mein Ball war nicht eingebettet, dann bekomme ich leider einen Strafschlag. Aber was interessant ist, stellen wir uns vor, dass ich das vergesse, ich hebe den Ball auf, ich reinige sogar den Ball und dann sehe ich, der Ball war eingebettet, dann gibt es keine Strafe. Die Golfregeln. Aber stellen wir uns vor, wir sehen jetzt, ja, wir haben alles richtig gemacht, nicht gereinigt. Wir haben markiert, der Ball ist eindeutig eingebettet, eindeutig war er ein Teil des Balles unterhalb der Bodenoberfläche. Dann können wir den Ball säubern und wir können sogar einen neuen Ball nehmen. Und jetzt müssen wir ihn droppen. So, ich habe meinen Driver mitgenommen, weil ich den Relief Area so messen kann. Das ist eine Schläge Länge, nicht näher zum Loch und ich kann das genau richtig tun, zweites Tee da reinstecken und jetzt droppen und jetzt kann ich den Ball spielen. Es gibt auch Situationen, wo man keine Erleichterung für einen eingebetteten Ball im Gelände bekommt. Und eine Situation ist, wenn der Ball im Sand eingebettet ist, aber dieser Bereich ist nicht in dem Bereich, wo das Gras auf feuerer Höhe gemäht wird. Und dann, das ist ziemlich klar, aber es kann sein, dass ein Ball in irgendwas ganz Schlimmes liegt. Also das ist, das Raff ist da so schlecht, da ist ein richtiger Busch. Ich kann nicht da stehen, ich kann nicht da schwingen, wenn ein Ball so liegt und ist eingebettet, dann darf ich da nicht Erleichterung bekommen. Die Spielleitung hat auch Mitsprache recht. Es kann sein, dass an einem bestimmten Spieltag der Ball in einem Bereich liegt, wo der Rasen nicht auf feuerer Höhe gemäht wird. Die Spielleitung kann entscheiden, dass diese Bereiche der Gelände nicht gelten für eingebettete Bälle. So bitte, es kann manchmal sein, dass nicht jeden Ball, der im Gelände liegt, dass man ihn für eingebettet erklären darf. So bitte schau vor deiner Runde, was die Spielleitung dazu zu sagen hat. So was genau war die Kontroverse mit Reed und McElroy? Eigentlich waren beide Fälle sehr, sehr ähnlich. Man konnte durch den Fernseher sehen, dass der Ball aufkam, nicht in sein Einschlagloch, in sein Pitchmarker liegen geblieben ist, sondern hochgesprungen und dann verschwunden ist. Nur bei Reed war das so, der kam und der Volontär hat ihm gesagt, der Ball ist nicht gesprungen. Reed hat ihn extra gefragt, ist mein Ball gesprungen oder nicht? Ja, der Volontär sagte, nein, der blieb sofort liegen. Und Reed und sein Mitspieler und sogar ein Referee haben dann entschieden, ein Teil des Balles lag unterhalb der Oberfläche. Und bei McElroy war das so, genau das Gleiche. Er kam zu seinem Ball, teilte einfach seinen Mitspieler mit, und ja, dass es so ist, der Ball ist eingebettet, liegt in einer Pitchmarke und er hat Erleichterung dann in Anspruch genommen und hat den Ball gespielt. Man muss eigentlich nicht den Referee holen in so einem Fall. Und in McElroy war das wahrscheinlich so, dass der Ball in einem fremden Pitchmarker lag, aber er konnte es natürlich nicht sehen, wie Reed, die konnten beide nicht sehen, dass der Ball gesprungen ist. So, beide haben eigentlich ehrlich die ganze Sache getan und da waren keine Konsequenzen, keine Strafschläge für die beiden. So, das war jetzt am Ende nicht so kurz, aber ich finde es eine sehr, sehr spannende, interessante Regel. Und ich denke, dass du nie wieder Fragen haben wirst zu dem Thema eingebetteter Ball. Tschüss und denk bitte, morgen geht meine einwöchige Trainingswoche los. Das sind spannende Themen, die uns anhelfen. Tschüss!